Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ein neues Update ist raus. Ich werde etwas später auf die ganzen neuen Sachen eingehen. Wir haben was einzusammeln. Wir haben leider nicht die letzte Stufe erreicht. Ich hätte gerne die 100 Juwelen gehabt. Man kann nicht alles haben, ja. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir sammeln erstmal auf jeden Fall die Juwelen ein. Ich habe knapp 1.100 Punkte, naja 1.200 Punkte geholt. Ich hätte mehr holen können, das weiß ich. Aber ich habe in den letzten 20 Minuten noch irgendwie 10 Juwelen ausgegeben, um noch irgendwie 300 Punkte oder so zu bekommen. Also ich finde, ich habe es eigentlich ganz okay gemacht. Beim nächsten Mal mache ich auf jeden Fall mehr. Ich war nicht so ganz vorbereitet darauf. Ich wusste nicht genau, wann die Clans Spiele kommen. So, dann eine Million Gold oder die Bauarbeitertränke. Die Bauarbeitertränke sind schon ganz cool, finde ich. Aber ich finde, das können wir irgendwie mehr gebrauchen. Buch der Helden brauchen wir überhaupt nicht. Ich bin dann in der Schaufel. Naja, ich glaube, ich nehme erstmal das Elixier. Und hier, Forschungstrank, Elixier oder Gold. Ich brauche eigentlich gerade nicht wirklich was. Ich kann ja mal hier im Labor gucken. Magier, Heilzauber, Heilzauber. Ich könnte mal hier die Mauerbrecher machen. Aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich mache es trotzdem mal. 80 Juwelen bekommen wir. Hätte mir mehr erhofft. Ja, ihr seht hier, ein bisschen was am Design wurde verändert. Jetzt gibt es hier noch so einen Schleichweg. Und hier in einem alten Update, in einer alten Version gab es das schon. Jetzt gibt es das wieder. Ein Wasserfall. Oben rechts. Und ja, ich glaube, jetzt kommen wir gleich dazu, was alles in diesem Update neu ist. Zuerst haben wir hier diese Supereroberung als Herausforderung. Man kann jetzt als Apparat aus Level 11 super Truppen haben. Ich weiß nicht genau, was die machen. Aber sie sind scheinbar super. Dann als nächstes können wir ja mal Truppen anfragen. Die haben das ein bisschen verändert. So. Jetzt kann man ganz speziell Truppen anfragen. Und dadurch auch nichts bekommen, was man nicht möchte. Allerdings ist es jetzt auch so, man kann, wenn man, wenn jemand keine Ballons hat und dann vielleicht einen Drachen spenden möchte, dann kann er das nicht mehr. Also hat auch schon Nachteile, würde ich sagen. Und zu guter Letzt etwas, was ich ziemlich cool finde. Die Truppenausbildung, die braucht keine Zeit mehr. Die sind einfach direkt fertig. Hier, ihr seht es schon. Wo kann man das sehen? Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich zeige euch, was ich meine, dass die Truppen direkt fertig sind. So. Das ist dieselbe Base, wie ich habe. Ich habe leider keine Bombenwerfer. Deshalb gehen wir hier einfach nur 50%. So. So. Komm. Ja. 50%. Jetzt sind wir fertig mit dem Angriff. Und haben wir gewonnen. Schade. 1% hat gefehlt. Hier. Die Truppen sind direkt wieder fertig. Das ist also eigentlich ganz cool. Ich würde gerne den Hautraufriesen machen. Aber ich habe nicht genug Elixier. Müssen wir gleich nochmal versuchen. Wir haben hier noch einiges an Sachen. Wir können jetzt extrem viel verbessern. Die Klanburg. Natürlich. Dann können wir immerhin einen Drachen in der Klanburg haben. So. Ich habe einfach so viel Loot. Ähm. Die 2 Armeelage, die ich noch nicht hochgezogen habe. Warte mal. 6. 5. 5. Ja. So. Und dann muss ich nochmal alles rausholen. Und so. Und ich würde sagen, dann machen wir erstmal die ganzen Mauern. Ich gucke meistens bei den Gegnern erst auf die Mauern. Auch wenn ich bei meinem anderen Account mit Luft angreife. Ich weiß, das ist ziemlich dumm. Sollte man eigentlich nicht machen. Und wir haben kein Gold mehr. Juhu. Dann machen wir einfach Goldmino oder Elixiersammler. Ich glaube den Elixiersammler. Äh. Ja. Da können wir das mal reinhauen. Geht dann schneller. Und wir haben nur noch 36 Sekunden Schild. Okay. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Wir sind ja online. Und. Ich habe hier eine Truppe zu wenig. Oder? Warte mal. 20 Riesen. Achso. Ich habe 2 Riesen zu wenig. Warum auch immer. So. Dann. Greifen wir mal die Kobolde an. Ist irgendein neues Level dazu gekommen. Es sollen auch ein paar Trainingslevel dazu gekommen sein. Aber ich weiß jetzt nicht welche. Versuchen wir mal. Obsidian-Turm. Okay. So. Währenddessen kann ich das hier schon mal kaputt machen. Heilen wir die mal hoch. So. Ja toll. Jetzt laufen die außen rum. Warum auch immer. Da sind bestimmt überall Fallen. Ja. Habe ich schon die Hälfte der Riesen verloren. So. Dann fehlt nur noch das da. Und ich spare wieder ein LX hier. Äh. Und ich bin natürlich schön. Brauche ich knapp 6000 LX hier weniger auszugeben. Die Riesen kommen nicht mal zum Schlagen. Schnellausbildung. Schnellausbildung. Ausbilden. Die Truppen sind fertig. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Wir könnten jetzt eigentlich die ganze Zeit hier im Nachtdorf nur angreifen. und ja ganz viel Loot bekommen. Okay. Hier würde ich sogar so einen zweiteiligen Angriff vorschlagen. Einmal hier um den Wachposten kaputt zu machen. So. Ja die stören schon viel Milch. Dann hier einige. Die dann die Mauern kaputt machen. Und das klappt natürlich nicht mehr. So. Die laufen dann alle Richtung Meisterhütte. Wenn die kaputt ist. Ja. Dann setze ich hier noch ein paar. Die dann halt hier ziemlich viel noch aufräumen. Hoffentlich. Schade. Ich werde wahrscheinlich alles bis auf den Zerschmitterer holen. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ich hole wahrscheinlich so 98% oder so. Ah vielleicht 95. 96. Okay. Schade. Ein paar Riesen dazu. Ein paar Bombenwerfern. Aber. Hab ich leider nicht. So. Schauen wir mal zu. Oh. Gewonnen. Ja. Schon klar. Gewonnen. Juhu. Dann. Machen wir jetzt mal die Riesen. Für meine spätere Taktik sind. Die nehme ich sehr wichtig. Die Riesen sind fertig. Die Riesen sind fertig. Vierfache Sterne Bonus. Habe ich scheinbar verpasst. Habe ich scheinbar verpasst irgendwie. Dass es einen Vierfache Sterne Bonus gibt. Äh. Äh. Ich würde trotzdem nicht unbedingt auf den Loot verzichten. Okay. Okay. Keine kleinen Bugtruppen. Schön. Dann hier erstmal den Heiziger. Und hier erstmal den Heiziger. ein paar Magier schon setzen. Diesmal werde ich wahrscheinlich beide brauchen. so. Jetzt setzen wir noch einen hier hin. Okay. Das haben wir locker geschafft. Wir kriegen schön drei Sterne. Dann vielleicht noch einen Angriff. Wird wieder so eine lange Folge. Oh. Wir haben einen Zuschauer. Ähm. Okay. Vielleicht einer aus meinem Clan. Vielleicht die Person, die ich gerade angreife. Ich finde die Taktik eigentlich ziemlich cool. Leider funktioniert sie später nicht mehr ganz so gut, weil die Resen, die Resen gehen dann viel zu schnell drauf. Außerdem gibt es dann noch Resenbomben, die dann alles noch problematischer machen. 91.000 Elixier. So was wünscht man sich doch. So dann. Eine Truppenausbildung. Silber 3. Community. Galadium. Los Caravanos. Kenne ich nicht. Ähm. Galadium. Wenn du das hier siehst, schreib mal in die Kommentare, dass du das bist. Also. Ja. Dann werde ich dich auf jeden Fall adden. Ja. Da war gerade der Speicher von meinem Smartphone voll. Ich hatte das Video. Das letzte Video noch drauf. Deshalb dann mein Speicher zufolger. Ich habe es jetzt gelöscht. Kann jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Vielleicht so sieben Minuten oder so. Ähm. Ja. Wenn das irgendeine Person ist, die mich durch Zufall, die mir durch Zufall eine Freundschaftsanfrage gesendet hat, dann ist das ja ein bisschen unnötig. Zwölf Minuten. Das dauert noch eine ganze Weile. Ähm. Machen wir hier noch einen Angriff. Geht ja relativ schnell. Hier würde ich wieder so einen zweiteiligen Angriff machen. Einfach. Wenn man das Rathaus hier schnell kriegen kann. Ähm. Oh. Oh. Verdammt. Jetzt laufen hier alle falsch. Vielleicht kriege ich nicht mal mehr 50. Ah doch. Ich sollte 50 kriegen. Aber keine zwei Sterne leider. Ah. Kriege ich noch das Lager? Ja. Ein kleiner Trost. Ja. Die Luftbomben. Ich glaube eher weniger. Ah doch. Knapp. Es war knapp. Wir haben trotzdem gewonnen. Na das ist ja mal was Schönes. Und ich würde sagen wir greifen hier einfach nochmal an. Weil wir es können. Oder wird es sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenigstens haben wir hier zwei Sterne bekommen. Und nochmal gewonnen. Verdammt, wir haben ein volles Goldlager. Ja, wir müssten das auch dringend mal verbessern. Das hier ist nämlich schon auf 3 und das hier ist auf 2. Ja, hier können wir auch erstmal nichts weiter machen. Hm, wie lange hält der Sternebonus eigentlich? Vierfache Sternebonus, zwei Tage. Uff, das ist aber eine ganze Menge. Zwei Bauarbeitertränke wären natürlich auch cool. Hindernisschaufel, ja, ich habe keine Päcker. Superbaba, Superriese, Schleichkobold, Supermauerbrecher. Was machen die eigentlich? Keine Ahnung. Man kann trotzdem Truppen anfangen, also man hat keine Einschränkung. 8, die verbrauchen einfach 8, die verbrauchen 5, 10, 3. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich sind das einfach nur stärkere Truppen. 3 Superbabaen, 2 Superriesen, 5 Schleichkobolde, 2 Supermauerbrecher. Und insgesamt halt 28 Angriffe gewinnen. Das ist eine ganze Menge. Man kriegt dafür 100 Juwelen und 1600 Erfahrung. Und dann so gut wie alle Tränke. Nun gut, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.